Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Counter-Strike 2 mit dem Klo, Sebastian, dem Jonathan, dem Peter und Special Guest heute, Trillux am Stizzle. Hallo. Ja, auf geht's Rampe? Ja. Auf geht's Rampe. Wir spielen wieder die einzige Map, die es zum aktuellen Zeitpunkt bei Counter-Strike 2 gibt und das ist unsere Main-Map Nuked. Leider standen wir wieder Tee, finde ich immer ein bisschen schade, aber dafür... Letztes Mal konnten wir nicht so viel CT-enjoinen, leider. Aber wir haben, glaube ich, deutlich bessere Gegner jetzt. Rapper, der hat Head-Truckt. Kommt sofort hinterher. Bleib da einfach schon mal auf B, ja. Mach mal. Meis. Mach halt, ich aim hier hinten ab. Checkt da... Ja, Aquarium. Ja, Aquarium ist, glaube ich, wer? Im Fensteraum-Aquarium ist der. Und ein Tür ist auch. Ach so, ich bin gefallen, B. Also ich weiß, ich ist nur ein B zum Verteidigen. Ach so, dieses andere B. Also Heaven is clear. Reine Tür. Da kommt Window, glaube ich. Window und Tür unten. Habe ich, Window ist tot. Und Tür hinten. Und Tür hinten. Der ist direkt unten. Genau, hinter diesem Ding. Hinter dem Zimmer. Das ist der letzte. Boah, Jay, ganz wild. Nein, es gibt keinen Hals. Ganz wild. Einfach mal bei geplanteter Bombe voll mit B rein. Die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Nice, Leute. Nice, 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 nice. Nice? Nice, nice, nice. Das ist doch die Chips-Marke, oder? Ja. P90 Abfahrt. Wieso habe ich keine P... Gibt es die MP7 nicht auf T-Seite? Klar. Doch, aber du musst den Loadout packen. Ich habe das vergessen. Richtig dumm. Wie findet ihr das mit den Loadouts jetzt? Ich finde das cool. Dann kannst du so ein bisschen die Präferenz geben. Ganz cool, wenn du für verschiedene Maps verschiedene Loadouts erstellen könntest. Ich weiß nicht, was da passiert. Zwei sind Heaven. Ich würde leider komplett hops genommen. Der ist Main. Hat aber Lowout D. Ja, das war der. Dann dürfte A frei sein. Jetzt spätestens jetzt. Ja, lang ist auch bisher nichts los. Ich habe die Bombe. Ich mache... Nein, nicht Main. Das wäre dumm. Guck mal, wo ist der, Christian? Der war hinter uns. Außen. Nice. Gibt es denn noch eine vernünftigere Waffe? Ich hatte eine AK On-Spot. Deine AK habe ich mir erst mal schön abgeschnitten. Dann bleibt die P90. Aber das heißt, die haben jetzt M4, ne? Das ist ja schon mal doof. Ja, die haben nicht gegen gekauft, wa? Nee. Also meiner auf jeden Fall nicht. Ah, mit U und P gegen M4 schon geliefert. Ah, mach mal. Shane nutzt einfach die Chance. Einfach rein. Ja, der wollte sich ja unterher. Ich habe A frei. Ich habe die Bombe. War lang. War lang. War lang. Einfach rein. Ja, zack. Wegepläne. So, weg die Sau. Warum dahinter? Ja, weil ich Bock habe. Du hast B gepläne. Nee, weil ich das dran gedacht habe. Oh, war ja außen. Was heißt bei uns? T? Ja, lobby. Ich bin das noch ganz weit weg außen. Oh, jetzt kann ich aber rein hier. Ich setze mich hinter das M4, Peter. Ich habe beide Sachen. Ich habe beide Sachen für Rampe. Schacht. Schacht runter. Wir müssen Rampe kommen. Einer ist unten an der Tür. Scheiße. Hat mich direkt weggeholt. Der ist nicht schlecht. Ich bin zu zweit bei der kleinen Tür. Drei. Drei. Alle drei sind aufs Board. OJ, du hast einen Monster Backstab. Wie eben. Jetzt rein, halt. Seht nichts. Ja. Scheiße. Achso, da lebt doch einer. Das war schön. Ja, ich habe beide Runden entschieden dadurch jetzt. Das war aber wichtig. AP 90, okay. Das haben sie gekauft. Jetzt haben die ja kein Geld. Jetzt haben die wieder Echo. ich krieg nix mehr da und eine rampe einer hat headshot ich bin lobby ich kann nur leiter nicht sehen also leiter hochklettern aufs dach das kann ich nicht sehen ich kann nur reden einer ist heaven ne wie heißt hat den secret guck hier links guck hier links hier hängt gerne einer mal ab der einen dann den rücken schießt habt ihr ne he für secret oder so ne aber ne flash habe ich dafür da hab ich rein da ist noch einer wo weiß ich nicht außen am container hinterm container die bombe habe ich eingang main verloren haben sie verloren gb es sind nur drei gegner haben wir noch eine helle gewesen jedenfalls da könnte aber auch schon rampe sein einer hat beide main die könnten beide schacht das mit der tür schauer machen das war aber du bist die sehen die waffe die sehle von zehn schade naja im zweifel hätte auch deine akka wahrscheinlich immer noch durch die tür geguckt er ist doch cs2 jetzt ist doch gar gibt keine bugs mehr der war gut da geht die tür nur halb auf ich glaube der hat es nicht gedacht ich glaube auch ich bin ja das ist der schlechteste ey das können wir machen jetzt soll ich dir was kaufen wenn du eine ak gehen kannst gerne na sicher doch also der erste von denen ist nicht schlecht die dürften jetzt auch gute waffen haben ich warte mal das ist nicht gut das ist abgeschlossen von uns abgeschissen 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 bin ich gerade wirklich der krasse von denen ist aber down außenfrei lobby ist einer vorgepusht von a aber er kann wieder sie ramp ist vorgepusht ich habe die bombe hinten liegen müssen der ist oben pommes oh mein gott hab ich nicht gecheckt ich habe die bombe runtergeworfen aber das hat keiner mitbekommen leider ja und lobby der ist vorgepusht also ich weiß nicht wo der hinrennt ich komme mal nach jeder beschickst mich ich versuch's ich bin auf a es ist keiner auf a gerade ok dann komm ich zu a ich dachte da war doch pommes und hat da jay angeschossen oben auf pommes war der aber wenn er sagt keiner ahnen der lobby ist gerade hochgegangen leg mal am besten hier einer ist rampe flash main für pommes drei gegner ich höre wat rampe wer kommt gleich heaven kommt heaven so gut beim außen gesehen sind die denn schacht das war schacht schacht hat es hoffentlich jetzt bekommen ist hat es daneben gesetzt oh shit ich könnte eigentlich auch zeit spielen nein der ist pommes hat auch HP der ragdoll von den leichen ist halt so geil geil ich finde die sollten wie bei doom einfach in 50.000 teile zersplattern ja das wär auch geil nice trotzdem schadung ah wey fuck you hättest du nur treffen müssen ja ich glaub dann wär die Wommel ja das war schon wunder oh gott nice also hier die sind zwei leute sind eben vorgekommen rampe und pommes einer ist pommes obendrauf das gibt es doch nicht was mach ich denn noch einer rampe pommes down oh gott bin ich schlecht einer noch rampe guck mal ich komm mal lobby komm auch mal rein A ist frei so ja A ist nicht frei A ist frei A ist nicht frei heaven ja der hat hits der ja wollen wir trotzdem A gehen oder willst du versuchen B zu gehen alles klar let's go ich versuch ach so war die Frage an mich gerichtet ja ich beide einfach ich versuch heaven von hinten zu machen ihr lauf vor ah quatsch wir machen heaven einfach Peter ist aber keiner und hinterm spot noch stehen ich hab ihn der letzte hat schon ein paar hits eigentlich der war heaven der war heaven ich deck nach oben Chris ok ich guck heaven lighter ok der hat auch geschrien heaven lost ich hab halt seinen Schatten schon gesehen der Schatten ist halt bleib da oben Huren immer mail heaven alles dann guck mal nice dann war der aber die ganze Zeit heaven noch ja ja ok er hat auf den richtigen Moment gewartet von toten Spielern lesen könnt ihr was legen ich kann dir was legen was denn ak passt oder galin danke gg i'm done hat der vorhin schon geschrieben der ist irgendwie nicht so entspannt so sind CS Spieler sind lol CS Dota Spieler jemals entspannt ja gute Fall aus aus dem roten Container in der Smoke toxic Bastards da ist um red oder der ist dahinter da guck mal okay was ab der die AVO überlebt hat pampe down ähm secret pampe doppelt down pushes secret er hatte nur Pistole Peter ich bin heaven ich komme ich komme dann aber über secret eigentlich müsste hier noch einer gammeln ist hochgegangen zum fenster bombe has been planted was für gute tactics wir hier fahren sind die tactics wirklich so gut oder gegner nicht einfach nur schlecht die sind besser als gerade die aber die hätten sich die ganze zeit gegenseitig auch an glaube ich ja vor allem also punkte technisch sind die nicht besser als im letzten match bisher wir sind jetzt war christian die hasse aber die hat gesessen hat die hoffentlich auch gesessen und die hat aber auch gesessen wird mich denn da geflasht aber frech gegner gegner vor main da direkt oh mein gott der steht genau hinter mir main dann genau auf der anderen seite oh da ist einer helfen oh da war er jetzt habe ich das auch mal gesehen ist halt super schwer weil die gäbe so klein ist und du siehst nur die hände aber der ist nach rechts gelaufen oder ja der ist nach rechts gelaufen also guckt er gerade außen das ist ja so bescheuert was er da macht wer hat ihn gesehen ich bin im klatsch du bist der letzte unter dir unter dir unterbrochen leider nur vier unter dir der ist schon da da ist gerade einer lang gelaufen alle messern das ist auch ein nice tik tok ja ich habe wieder kein geld außer jemand kann mir legen bei tech 9 nicht so vielen leuten legen fürchte ich tech 9 oder diegel tech 9 p 250 geworfen jetzt muss ich erstmal suchen wo ist die denn da ist der glock da ist das alter was geht da guck mal wir brauchen gar nicht kaufen ich krieg den bann abgeholt main 2 wieso wurde sepp dafür vergütet ich finde auch ich sollte mehr Geld einer's main ey stimmt warum hat sepp dafür Geld bekommen ne ah hier kannst du aber haben die gegner haben sich rieserlich umgebracht und sepp kriegt das geld ja sam holt sie einfach wenn wir echo machen ne orp ja ihr habt gesagt ihr kauft da was also da hab ich mich gesehen p 250 ich hab mir auch ne galile geholt das ist doch ja ich mein ne galile ist was anderes als ne orp oder sam hatte ja jetzt genug geld um sich noch ne orp zu ah ne doch nicht das brauche ich auch nicht peter weil ich mach die auch mit da sind eh nur noch drei gegner vier ja vier ja vier ich finde die könnten sich mal ein bisschen mehr anstrengen das stimmt tatsächlich das den haben wir er war neis ah das war auch der erste der dritte schuss der getroffen euch egal euch ach bin ich bad der malert einer hinten einer hinten äh spawn komm ich flash ich push jetzt secret oh der ist vorming nice nice wieder letztes tür boah gibt er mir ne bobbe toll junge letztes tür wo unten oben 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 gelaufen. Rampe ist einer. Ich weiß nicht, wo er... Ah, einer ist red. Was? Heaven brennt. Red Pouch? Heaven war mein Molly. Heaven ist smoke. Von euch oder vom Gegner? Nee, ist blau. Der ist smoke. Achso, kann ja trotzdem dann von uns sein. What? What the fuck? Wie kann man da... Der hätte sich messern können. Was? Du stellst direkt vor mir. Ach, Mann, promise. Boah, ich geh in die Linie gesetzt. Alter, Jay Galil einfach main. Alter, die Galil klingt ja wirklich krass. Die höre ich gar nicht so häufig, weil die nie jemand kauft. Aber die war direkt neben mir gerade. Der ist einfach der Mercedes unter den Autos. Bum, 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 bum. Der simulwachen. Oh, er stimmt bei den Autos. Der Mercedes unter den Autos. Ja, egal wie. Hast du recht, Peter. Hast du recht. Ich habe da nicht gesagt. Ja, ich war Peter. Nein. Peter wieder hier. Wann mal, ich habe wieder die Bombe hier. Das war auch eh eine DTM-Anspielung. Das war ein bisschen schwierig für alle, die nicht dabei waren. Ich werde wieder gefickt. Ich werde wieder gefickt. Na doch nicht. Aber die kommt wieder von hinten. Safe. Lobby, Lobby, rennt glaube ich schon einer rum. Tür ist aufgegangen. Oh, Heaven. War das ja? Er war aufreudig. Nee, Heaven lebt noch. Heaven ist einer. Nein, lass uns bauen. Heaven ist einer, ja. Den habe ich aber auch einen reudigen Header gegeben. Aber der ist schon AFK, Trilux. Bist du jetzt AFK-Killer? Ich glaube, der war AFK. Der rennt mit der AWP in Lobby rum. Achso, wir haben ja auch die Bombe verloren. Die Bombe ist weg, ja. Nee, wir haben die nie mitgenommen. Achso. Na ja, bis hier ist sie gekommen. Ich habe die gedroppt. Ich habe gesagt, hey, ich droppe euch wieder die Bombe. Ja, da tue ich doch kein Mensch. Achso, ist das gut. Dann, äh, na ja. Aber ist okay. Unsere Taktik zieht ja ab. Wir baiten die einfach. Was ist denn für eine Taktik? Ja. Wollen wir hinten einfach wieder hinlaufen? Ja, verbesserschießt das gerade unsere Taktik. Taktik. OP 90. Oh, das finde ich gut. Klar. Einer ist AFK, um Spawn, um sie zu gönnen. Ich habe die Negev leider nicht im Loadout. Achso. Einfach ran. Ich habe gerade er vorhin in den Chat geschrieben. Ich glaube, die machen schon eine Umfrage, dass sie aufgeben. Achso. Uuuuuh. Uuuuh. Alter, war einfach zu krass. Einfach zu krass. Würde ich noch einen Short-Batch hintermachen. Ja. Würde ich auch machen. Ja. Ja, kann man machen. War einfach gut auch. Also die haben wir fett gemacht, genau. Den haben wir richtig schnitzelt in den Mund gedrückt. Den haben wir fett gemacht. Geil. Ja, aber ja, machen wir noch ein kleines Short-Match hinterher. Fettshot. Noch ein Matchchen hinterher, weil das Lappen waren, die wir gerade gespielt haben. Jetzt noch ein kurzes Match. Das heißt, wir gewinnen mit wie vielen Punkten? Akemo Berettas. Neun. Acht. Neun. Neun. Neun Punkte. Also halbes Match sozusagen. Ging's das? Also fünf Punkten. Okay, nice. Ich bin einfach, ich finde das so enttäuschend. Ich möchte CT von dieser CS2 mehr spielen. Wenn so viele außen gehen, dann sollten wir auch außen gehen. Oh, Flash außen, Flash außen. Gehen wir nicht außen? Was bringt er denn? Nur weil er geflasht wurde? Normalerweise muss man auch pushen, aber da mache ich auch viel zu selten. Oh, wir sind weggesmoked außen. Ne, sind wir nicht. Entschuldigung, der hüpft hinten rum. Der ist hinten in ihm. Wir haben keine Rampe. Die Rampe ist frei. Ich bin durch. Ihr seid noch außen, ja? Ja, ich bin außen. Dann gehe ich mal. Ich probiere ich mal. Ja, wir gehen einfach runter, Peter. Oh, doch nicht. Ostrich hat mich erschossen aus dem Main. Ja, Peter, geh weiter. Okay. Ich habe Main. Du machst jetzt 2-1-Risiko. Ich habe halt den Rommelalter. Ja, ich musste warten, bis der Main weg ist. Oh, der Wal ist wahrscheinlich gleich, wer ist das? Wer kommt, Runa? Ah, Schatz. Scheiße. Ja, Vent. Der hat mich aufs Klamm. Ich habe versucht, Jays Ansage zuzuhören. Ja, der ist ja oben. Hä, wie kommt der denn von Vent? Der heißt ja auch Wal. Warte mal. Der war doch Vent? Der, der andere. Ach, das war ein anderer. Ich dachte, der letzte war Vent. Ich würde nicht auf die Namen her, weil die sind immer unterschiedlich. Genau, Wal habe ich leider nicht. Ich finde den Arm nicht so witzig, deswegen sag ich mal Wal. Kacke. Das war jetzt doof. Lass aufgeben. Echt mal. Surrender early. Erstmal muss man sich doch gegenseitig killen. Hallo? Wollen wir landen? Der wird gechattet. Weiß er auch nicht. Friendly Fire. Main. Levin. Wer pusht der uns jetzt mit MP hier? Ja, bisher noch nicht. Brauche ich das nicht. Trump ist vorgekommen. 90, ich bin tot. Hinter dem blauen Container ist einer. Ich bin 90, nicht spooky. Ich mag die einfach nicht. Boah. Rechts, rechts, Peter. Rechts, rechts. Mecca, da einer. Ah, genau. Oh, das war der dritte. Die Glock ist halt so beschissen. Ah, komm, Alter, bis der die Waffe mal in die Hand nimmt. So eine Shotgun ist halt auch ein langes Rohr, ne? Da musst du halt auch mit umgehen kümmern, mit so langen. Oh, das ist ja nie jeder. Na ja, das ist schon eine Fähigkeit. Kann ich auch nicht, nein, da fehlt mir die Erfahrung. Als ob wir hier jetzt so... Dann doch lieber die Glock. Da müssen wir einfach nochmal zusammen durchziehen. Kein Schaden, da war keiner. Ich geh mal oben, Worte. Ich... Ja, da ist doch eh dein... Deine... Gut. Ja, ich glaub eh. Ist jetzt nichts Neues, ne? Oh, mein... Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Du bist tot. Okay, dann können wir ran, Pepp. Oh mein Gott, ich bin gefascht. Was? SSG steht hinten. Ich hab einfach hinter uns geswabt, um sie zu verwirren. Und mich. Weil so lang keiner Rampe kommt, glaub ich, dass schon einer hier unten irgendwo ist. Hier kommt einer, Heaven. Also hier unten in der Ecke ist keiner. Was? Hier in der Ecke ist auch keiner. Ich plante für, ähm, Rampe. Wendt ist einer. Runtergesprungen. Er geht da hin. Hab ich. Was? Einer kleine Tür. Das ist der letzte. Echt? Ja. Echt? Bam, 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 bam. Tja, lief mir nicht bei dir, Kumpel. Wow. Jetzt werden wir nicht verlieren, dann musst du es aufräumen. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Gegner. Schadenmacher bei jedem unserer Matches, muss man sagen. Verstehe ich gar nicht. Na komm, ich hab mehr Stunden als ihr zusammen, wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist doppelt so viel, glaube ich. Das ist doppelt so viel. Du kannst eine Null streichen und du hast wahrscheinlich so viel wie wir zusammen. Ich glaube, ich hab so 800 Stunden. Okay, dann doch nicht. Oh, zwei stehen außen. Zwei stehen außen, Main. Ich glaube, die war ganz gut, Christian. Oh, oh, heaven. Übel. Rampe tot. Komm, Rampe. Main ist, äh, hinten ist tot. Es ist aber noch einer Main, Christian. Da, 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 da ist direkt. Groß, ich bin gesmoked. Ja, der steht hinter der Wand, Christian. Habe seine Waffe gesehen. Wo habt ihr geplantet? Nee. B. Oh, nice. Dann gehen wir runter, Christian. Genau, wir gehen jetzt runter. Ich hab gesmoked. Der kommt bestimmt Vend dann. Oh, weia. Rampe tot. Ich guck Vend. Ich glaub, der kommt Rampe, oder? Ja. Der andere auch. Letzter auch. Hat Awe? Hat mich, leider. Der braucht aber noch ewig. Der ist noch nicht mal Rampe drin. Der schafft's eh nicht mehr. Überlebe ich das eh nicht. Ich glaub, ihr könnt abhauen, der wird nicht mehr kommen. Don't die, friends. Don't die. Ich glaub, ihr schafft's alle. Das ist wirklich. Starke Runde von euch. Abnehmen vier, Peter. Geil, nehm ich. Du kaufst selber. Nein, du kaufst selber. Peter, dein Schmutzkinder will er nicht. Ja, ich weiß. Der will die Kills sammeln für seinen Stat-Track. Ja. Versteh ich. Alter, die Bombe, die leuchtet in dem gleichen Takt, wie die Sekunden, die runterzählen. Oh, das macht irgendwie voll Sinn, oder? Das ist hier Attention to Detail. Oh, da ist ne Orb außen. Ich geh. Wo ist die denn in, äh... Ich glaube, die hat so von links nach rechts geschossen. Also eher Richtung Garage und nicht, äh, Secret. Aber vielleicht auch noch weiter links. Ja, ich hab einen gebankt. Mit dem Schlecks. Garage müsste weg sein. Welchen denn? In, äh... Garage ist weg. Hab ich gebankt. Scheiße. Ramp hat mich gemacht. Und da ist unser Bombe auch down. Also A ist einer tot. Ja, aber unsere Bombe ist down. Ramp. Wir hatten nur ne Klingel. Komm mal zum Ramp. Der stand direkt an der Ecke. Ja, einer tot. Also rechts von sich aus an der Ecke. Bomm du... Ah, er hat mich verfolgt. Alter, hab ich mich erschrocken. Entschuldigung. War doch keine Diener. Als der mich da geschossen hat. Okay. Oh mein Herr, das war doch mal gut. Warte mal, Trill. Ich mach weg. Ja. Das steht im nächsten Fall. Willkommen aber easy in die Bombe. Warte mal. Mach mal sie einfach. Das war der, der mich geschossen hat. B oder A? A. Dann liegt A und der war Radu. Ah, ist das obere Jay. Der war eigentlich hinten Rampe. Hehehehehe. Ob der kommt, Rampe auch? Hier ist... Oder der könnte schon Tür durchdessen sein vielleicht. Jay, dann musst du schon gucken. Ich guck mal hin. Wenn der Silent kommt... Der kommt. Der kommt einfach gar nicht. Der Jay wartet schon mit dem Taser. Ja, ich seh's. Man! Da wirst du sterben mit deinen 19 HP. Okay. Einfach abgemacht. Oh Jay. Oh shit. Oh Gott! Ah! Der war unter... Unterhelfen. Ah Jay, dafür hast du ihn noch gekriegt? Der Bombe. Er hat gerochen, dass du da sitzt. So ein Weixer. Absoluter Weixer, ja. Der war frech. Okay, wir haben zwei Ops. So, ich will jetzt auch mal dahein durch die Wallbang. Ich guck jetzt auch mal. Durch die Wallbang. Bang, bang. Ist das ein AWP? Ja. Ja, perfekt. Ist die Bombe jetzt auf dem... Bang, bang. Einer steht hinten. Oh, der hat aber einen schönen Header gekriegt. Also hinten Garage ist tot. Wo guck ich denn da überhaupt? Hin? Richtung Heaven. Also muss so auf Kopfhüge schon ein Aim. So einfach geradeaus. Scheiße, die ist viel zu weit. Gott, wie die alle oben stehen und so. Sunt, die Smog war nicht gut. Da ist einer. Wo denn? Was? Der gibt mir einen Header? Hast du einen gesehen? Ja. Heaven ist... Heaven ist... Heaven ist einer und hinter der kleinen blauen Kiste CT. Also nicht CT, äh, 4-Man. Ja, guck dir mal die beiden Dullis da oben an, Alter. Ja, jetzt, Jay. Nein, ja. Getroffen? Der war doch drauf. Was? Du kannst den da nicht treffen, dann schau. Dann hättest du den getroffen. Äh, du hast auf die Hand geschossen, ja? Ja, Peter, kein Problem. Die helfen dir gleich. Nee, der hat auf den Kopf gezielt. Da, wo der Kopf wäre. Ja. Nee, mach lieber, mach lieber für Body-Hit. Also, er müsste eigentlich Hits haben, egal. Also, ich wollte gerade sagen, Jay hat da zwei Mal auf jeden Fall. Da ist, äh, Mech-Halle drin. Mech-Halle? Ja, ja. Ja. Ja, ich. Okay, ich guck auch noch mal durch den Kitz. Der ist auch noch da. Ha! Äh, A-Spot. Glauben wir noch richtig kleine Kiste? Einer noch Main? Ach, jetzt kommt der Heaven auf den Sack. Ob wir das verloren haben? Der wäre mit meinem Pantzik-Dirum verspielen können. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wie war die nur weggegangen? Nee, die war nicht gut. Unsere Taktik wohl nicht aufgegangen. Ich war schade. Das war jetzt nicht so, boah, seid ihr scheiße. Also, ich hätte auch Kills machen können damit, wenn ich irgendwie getroffen hätte. Ich hab's schon auf jeden Fall gesehen. Ah, die sidesteppen immer so doof. Das würde ich jetzt nie nochmal nutzen. Das ist ja mega räumlich, also. Der funktioniert auch gar nicht bei mir zumindest. Ich wollte gerade sagen, Jay hat doch sowieso den nicht so blöd dafür. Was musst du treffen? Den Arm? Ja, zwischen die Arme. Dann weißt du, dass du wenigstens einen Body-Hit machst, auf jeden Fall. Einer steht, äh... Kommen wir ihn drin, Peter? Ja. Oh, schön. Hey, haben wir hier noch einen? Noch einer, noch einer, noch einer. Lastens. Heaven rent. Garage? Boah, Sepp, das war nice, das war gleichzeitiger Kill, holy shit. Ja, der war wichtig. Heaven ist noch am Leben, oder da? Ja, Heaven ist für nur Leben. Heaven ist gesmaugt, aber. Erst, da fliegen die Nades direkt in die Richtung. Nein, der ist draußen jetzt. Er kommt außen vor. Ach, dammit, mit meiner Waffe auch noch. Fehlt aber noch einer, ne? Rampel kommt einer. Stimmt, oh mein Gott. Da kommt's dir, Chris. Rampel aus. Er kommt Main. Er müsste Main sein. Ja, ich höre ich auch. Nice! Das ist ja ein Stachelhaus, Junge, ey. Hallöchen. Da kannst du mir die Arme mitbringen. Ja, keine. Okay. Thank you. Was möchtest du? Ja, sie hat sie geklaut, aber ich hätte gerne eine AK. Warte mal, das war die AK, ne? Das war die andere Waffe da. Wer hat mir jetzt die Setrack geschickt? Hier die SSG. Ja, ich dir. Ich hab mir gedacht, du hast einfach zwei Waffen dafür verdient. Ach, ja, okay. Alles klar. Die geht so gut. Dann möchte ich teilen. Ja, ich hab die Bombe. Oh, direkt geflasht außen. Uiuiui, jetzt hab ich Angst. Äh, ich... Was? Da geht der Diegel. Das ist die Scheiße, die Waffe. Draußenrampe. Draußenrampe? Außenrampe. Also, nee, die Rampe. Eigentlich nicht. Die Tür ist gut verbrannt. Der ist noch vorgekommen, Christian. Der ist links um die Ecke. Ich hab Angst. Oh mein Gott, wie du hinst? Okay. Wir bleiben auch einfach mal ruhig, vielleicht hier alle. Peter, du hast ein bisschen geschrien. Ja, tschuldigung. Tür. Komm. Ich weiß nicht, ob der reinkommt. Trill. Wie machen wir das? Wir sind zu zweit gegen zwei. Ich hab die Bombe. Ich bin Kunst 2A. Den machst du jetzt weg. Der hat 10 HP, höchstens. Trill, das war scheiße. In der Meckhalle. Richtung. Wow. Ach, 84. Kacke. Guck mal, Peter. Jetzt kannst du endlich CT spielen. Ja, so nämlich. Mindestens. Na, guck. Sepp hier mit seinem Taucher-Ding da. Ach so, was gegen Taucher? Ja, das sieht schon komisch aus. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Okay, fair. Also, alle A, sagst du? Nice. Aus ist ja die Takt-Gee-Tür. Ja, die Leute gesagt, alle A. Bitte nicht. Wir waschen Tür hier. Ist das mal falsch gelaufen? Silo. Silo drauf. Oder echt? Fällt sich ne Rampe an. Ja, andersrum. Könnte aus sein. Ja, die gehen. Die Rampe. Alle Rampe. Die alle Rampe. Einer war außen. Alle Rampe. Die kommen jetzt hinten bei uns. Einer will helfen. Nee. Hä? Da waren wir unter dir hergelaufen, Junge. Da haben wir es gelegt. Na, dann warst du dort? Ja. Die lost. Einer ist hier links unten. Einer steht im Torraum hinter der Tür. Ist das für uns? Da sind ja der Tür ist einer. Ah, okay. Scheiße, rechts ist noch einer in der einzelnen Box. Wo sind die durchgekommen? Rampe, oder? Rampe. Ja, weil, wurde ja gesagt, alle A. Genau. Ja, Sepp hat gesagt, alle A. Ja, soll ich dann einfach nicht das machen? Nee, aber... Ich sage ihm. Werde der Rampe? Ich dachte, das war die krasse Taktik von... Ja, aber nur im Long-Match. Im Short-Match klappt das nicht. Ach so, im Short-Match klappt das nicht. Ja, Peter, ich kann nicht hier mal hochboosten. Du schwezze. Außen. Außen zwei. Außen Action. Danke. Ein bisschen lange dauert. Ja, aber... Oben auch, auf der Garage. Alter, hat mir direkt... Oh, außen viel. Oh nein. Außen ist es kaputt. Main rein, einer. Oh, er sieht meinen Kopf scheiße. Alter, den Clips, der drückt aber auch. Ja, Peter. Viel Spaß. Hast du gut, Peter. Ich versuche mit meiner Maus einen Penis zu machen. Moment, so. Wie zu groß. Ich habe schon kleine Eier. Also, du hast nur eine Pistole. Also, nimm wenigstens einen mit. Jetzt wirst du nicht gut bist. Oder du lässt die ab. Aim die ab. Ja, hier. Oder die explodiert. Da ist gut. Hier so. Also, da sterben wir. Da hin. Ja, laufen da hin. Ja, deswegen aimst du die jetzt ab. Ich werde da hin. Ja? Ich muss den nur schnell genug getötet kriegen, bevor der hinter der Wand verschwindet. Wenn die Wumme explodiert, stirbst du da auch, oder? Ist ja egal. Scheiß auf die Waffe. Waffe. Ich glaube, die... Ah, was? Ich habe keine Geduld, ey. Ich dachte, jetzt so langsam müssen wir mal kommen, ey. Die Bombe in den Boden gelegt? In der einen Ecke verschwindet die so ein bisschen. Okay, die brauchen wir. Okay, die brauchen wir jetzt wirklich. Jetzt ist so geldtechnisch echt ein... Also, ich gehe außen mit Scout die Runde. Also, nicht außen smoken. Kannst du euch machen. Dann gehe ich heaven oder nicht. Ich gehe rampe. Ich gehe mit heaven. Außen flash. Außen ist auch einer. Hat Scout tech. Silo ist tot. Tür. Außen ist noch mehr. What? Okay, ich versuche, die Tür zu halten. Der bengt mich hier perfekt. Noch einer. Ich bin tot außen. Einer auf Silo. Zwei hinter roter Container. Hm. Und der letzte ist Tür dann. Rest außen. Entschuldigung. Dann gehe ich nach unten. Ja, auch das. Wett, wir sind jetzt so viele Leute unten. Huh? Hier außen rum. Jetzt ist A frei. Nein. Hö, doch. Unten? Nee, nicht unten. Bombe down. Bombe in. Bombe down, bombe in. Ich habe so ein paar Probleme hier. Der Bombe wieder aufgenommen. Geht Richtung Secret. Außen red. Außen red. Guck mal, der ist hier bei mir. Jawohl. Ah, was, der ist fast da oben. Geht der Secret? Ja, egal. Wir haben die. Wir haben ihn. Ich habe A. Plus B. Alles. Gott, das war aber auch close, ey. Good job. War das denn close? Kurz, also, ja, eine Kugel von der AK erreicht. Und der hat, ich habe den erkannt. War gut, Jay. Wollte das nicht absprechen. Ich habe kein Geld. Wollte ich mal Geld für mich? Ja, du wolltest mir das ja nicht ab... Hä? Das ist ja sogar noch ein Lob gewesen. Jay, licht doch mal dem Sip da. Ja! Äh. Hier. Danke. Nein, jetzt habe ich die falsche Waffe gekauft. Außen Flash. Kommt auch was. Healer außen. Oh Gott, ich bin so blind. Einen habe ich. Aber es ist noch mehr. Die sind ja schon vorne. Oh mein Gott. Da ist Secret runter. Und einer ist noch ganz... Oh mein Gott. Ich gebe. Ja, ich gebe. Hey, Bombe ist down bei denen irgendwo. Oh, wäre das ein Ace geworden? Das wäre lecker gewesen. Ja, und Bombe ist down bei denen. Ja. Wo bist du? Secret? Nice. Ah, der war low nice, Leute. Das war nice, Trill. Oh, das war fett. Ja, willkommen wieder die Reports. Alter, ich habe immer weniger Geld. Jetzt kann ich die Farmas kaufen. Kann mir wer legen? Ich lege Christian. Ich lege Jay. Ja. Hast du denn da schönes? Ah ja. Danke. Jade, bleibs heaven. Dann gehe ich pommes. Ja, ich kann heaven gehen. Tür auf. Ja, ja, ist aber noch nicht durch. Kick my white. Der ist hier vorne. Aber keiner guckt außen jetzt, ne? Boah, ey, der drückt immer nicht schlecht. Aber außen war ruhig. Da sehe ich auch keinen. Das waren zwei in der Tür. Der brennt. Im Türraum. Bei denen ist es richtig Action. Es war noch einer Pommes. Komm, ey, da ist Pommes rausgekommen. Entschuldigung. Entschuldigst du dich? Ja, weil ich Pommes gucke und so. Ich glaube, die schießen noch nicht. Hey, die waren unten in der Pommes. Runter. Du konntest ja gar nicht sehen. Also, er kam hier raus. Alter, einer macht den One-Tap auf Ramp. Ramp gefallen. Ja, die gehen auf jetzt. Die move'n. Ja, gib mal einer B. Bleib heaven. Sind schon unten. Ja, du bist schon... Ich gehe auch unten. Die sind schon unten. Die legen jetzt gleich eine kleine Tür auf. Die sind unten. Boah, da hast du den Schatten gesehen? Den Schatten habe ich gut gesehen, Alter. Der ist noch too much. Zwei noch. Der hat einen Bombenpland abgebrochen. Das heißt, er ist auf uns. Ja, der aimt die Tür ab. Das ist ja gut. Ja. Hinter dem Silo ist er. Was? Ficker, muss doch fucking geflasht sein. Ja, hinter dem Silo. Sind aber noch zwei. Ist das schlecht. Na, der ist gut. Ja, der andere war die andere Ecke. Schade. Jetzt haben wir Echo. Ja. Aber wir müssen... Ah, nee, wir müssen nicht. Kann jemand einen Diegel legen? Vielleicht? Ich kann den in den Diegel legen. Warte mal. Dann gehe ich mal Secret direkt. Äh. Hier ist Secret dann direkt. Ich gehe. Aber ich gehe. Ausflug. Gehe ich nicht. Ist schon Main. Ja, wie auch immer der da hingekommen ist. Der ist durch den Rauchen laufen. Der ist durch den Rauchen laufen. Ich glaube, der ist nicht mehr in den Rauchen gekommen. Ich habe gesagt, habe ich einen Rauchen. Ramp hat mich. Zwei Leute, glaube ich, gewesen. Ich runter. Ja, die sind unten. Ist sie wirklich unten? Ich habe noch keinen gesehen. Noch höre ich nichts. Doch, jetzt. Irgendwie die ganze Zeit laufen. Ich weiß noch nicht. Ich habe eben, Jay. Du hast die gehört. Rampe. Boah. Holy shit. Waaat. Oben Fenster. Alter, der hielt es aber jetzt. Beide. Aber hallo. Gerade. Schade. War gut. Okay, Draw können wir noch machen. Ich kann immer noch nicht kaufen. Nicht? Rüstung brauchen wir hier. Aber wir haben halt schon. Also müssen kaufen. Das heißt, wir haben ja. Wir müssen. Aus dem Flash. Außen ist wieder was. Jay, was machst du da? Ey, das ist halt absoluter Bullshit. Ramp wieder down. Außen zwei. Anders Outback. Oh no. Main kann rein. Ich habe die nicht mal getroffen. Äh, Lobby. Kenners Rampe. Ruhig. Planted. Die Plane in B. Oh shit. Nee, Bärmling. Doch, Bärmling. Planted, ja. Nein! Fuck! Der ist fast durchgekommen. Hat einen Diffuser auf der Bombe verloren. Dann gehst du zur andere Seite. Rampe war der. Was bricht zusammen? Was bricht die andere Seite. Der Sinn, ne? Ich verstehe. Rechte Seite Rampe. Rampe rechts. Hab ich? Einer noch? Keine Ahnung wo. One on one. Hinter der Dinger. Ah, kleine Tür. Was? Alter, gib den mir. Machst du nix? Ah, Mann, so knapp. Teilnehmer. Oh Gott, war ich bad. Die haben mich aber auch immer gewonnt. Bei der Rampe leckt mich am Arsch. Ey, da kommt entweder keiner oder der eine one-tapt mich weg. Die waren gut. Also hier, Oja, Zoom. Ach so, ihr habt die Namen nicht an, ne? Aber die ersten beiden haben gut gegeben. Ja, war einmal bessere Gegner. Aber wir dürfen ja auch mal verlieren. Sonst high flyen wir noch. Genau. Das war mal wieder Counter-Strike 2. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Danke, Tredux, fürs mitmachen. Sehr gerne. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.